Früher hatten wir Gottschalk, Rosenthal und Kuhlenkampf. Heute wird geschrien, gemobbt und gebumst. Mein Name ist Mike Cies. Also sobald ihr den Namen hörst, ist Shitstorm Rolling. Sollen Leute reden, was sie wollen? Sollen sie machen? Let the game beginn. So go big or go home. Kamer direkt so auf mich zu und er hat mich so am Nacken gepackt. Ich weiß, was ist? Hör mal auf, dann. Ich will dir als Management direkt alles sperren. Sein Handy aus der Hand nehmen und sagen, so jetzt musst du mal arbeiten gehen und frische Luft tut dir gut. Kein Alkohol, frische Luft. Hör mal zu, eine Sache musst du hier und jetzt einfach mal lernen. Du hörst auf mich. Hör auf mich immer zu Fuß. Lies deine Kamera und schieß dich doch mit. Wunders und geh in deine Kamera. Ich will ja nur das Beste für sie. Frauenfeindliche Äußerungen in YouTube, die toleriert man einfach nicht. Es stimmt mit den beiden eigentlich nicht. Was ist mit denen los? Ja, es geht weiter in der großen Woche der Enthüllungen und das dritte Interview in dieser Woche führen wir mit einem, der sich auskennt in der Materia Reality Trash TV. Herzlich willkommen, Tana, ich grüße dich. Hallo, ich freue mich. Ich danke, dass du mich interviewst. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Man hat mir auch in den Kommentaren immer wieder ins Herz gelegt, wenn du einen Fachmann nochmal haben willst, der dir so ein bisschen erzählt, was ist da eigentlich alles los, dann bist du auf jeden Fall der Richtige. Und dann interessiert mich natürlich als erstes mal, wie bist du überhaupt mit dem Genre Reality in Berührung gekommen? Was war dein erstes Format, wo du gedacht hast, wow, irgendwie finde ich das richtig nice? Also, ich habe damals mit einem Freund, wo ich befreundet war, jetzt sind wir leider nicht mehr befreundet. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Saniel, das ist ein YouTuber. Vom Hörensagen, und ich war auch jetzt mal auf dem Kanal vor ein paar Tagen, ich muss sagen, ich bin sozusagen, was die YouTuber und ihre Reactions angeht, echt gerade dabei, viele, viele kennenzulernen, die ich vorher nicht kannte. Aber er ist mir, das ist doch der, der immer Kuschelhase sagt oder so, ne? Schnuffelhasen, Schnuffelhasen, genau, ja, ja, genau. Ja, mit dem, also wir haben jetzt keinen Kontakt, aber ich habe das halt von ihm gelernt, ne? Er hat mir das beigebracht. Okay. Und anfangs wollte ich überhaupt gar nicht und dachte so, was ist das denn und kein Bock und so, aber irgendwann bin ich so in die Materie reingekommen und dann hat er mir das halt beigebracht. Und wir haben dann damals, glaube ich, zwei Videos aufgenommen und seitdem bin ich dabei, ne? Wie lange ist das her? Zwei Jahre jetzt. Ach so, das ist ja, sagen wir mal, noch gar nicht so lange. Da gab es die ganzen vielen Formate ja teilweise schon. Ja, da fing ja auch Sommerhaus der Stars an und ich habe direkt auf Sommerhaus der Stars reagiert und schon fingen die ganzen Bedrohungen an. Nein, war dann wirklich so, dass du durch Reactions, dass sich, dass sich Zuschauerinnen und Zuschauer per Kommentar, weil sie glauben ja im Netz immer alle anonym zu sein. Ich merke das ja, seitdem wir das und wir machen, also der Boris und ich machen zwar jetzt seit fast einem Jahr generell, dass wir uns über Formate unterhalten, aber dass wir uns jetzt so explizit jetzt auch auf gewisse Personen eingelassen haben, das ist jetzt erst seit drei Wochen so. Und seit zwei, drei Tagen ist es auch so, dass man in den Kommentaren so Sachen liest wie, was für ein scheiß Content, macht mal was Vernünftiges oder warum müsst ihr euch mit so asozialen Leuten beschäftigen? Also Alterienverein. Wir sind der Alterienkanal, wobei er hat sein, nein, er nennt uns jetzt seit zwei Tagen nennt er uns jetzt Beavis und Butter. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst von MTB. Ja, natürlich kenne ich die. Ich liebe die. Ich finde die so lustig. Also kann das ja eigentlich, ist das eigentlich eine Krönung, wenn er uns jetzt so nennt, oder? Also die beiden, die so die ganze Zeit lachen. Hey, 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 hey. Ja, ja, genau. Ja, ja, eigentlich ist er das ja, ne? Vielleicht möchte er, ja, aber da er gespeichert. Vielleicht möchte er das ja, das ist Projektion, ne? Genau, und da er doch irgendwie, wie er gesagt hat, 25 verschiedene Persönlichkeiten hat, dann ist mit Sicherheit auch Beavis und Butter unter diesen 25 dabei. Genau, Polizei, Feuerwehrmann, ne? Alles, alles. Alles ist dabei. Aber was ich noch mal sagen wollte mit den Bedrohungen, also nicht ich hab von den Followern Bedrohungen bekommen, sondern es fing an mit dem Mr. Käse, dass der halt auf einmal so ein Thumbnail gemacht hat, so von wegen du und du und du und du, ne? Also von wegen, Anzeige kommt bald und die Staatsanwaltschaft ist dran, die Kriminalpolizei und so. Also, weißt du, also es ist halt wirklich zu belächeln. Damals hab ich schon darüber extrem gelacht und hab meine Videos natürlich weitergemacht. Und ich war der Liebste von allen, glaube ich, der ihn geroastet hat. Ich war nicht so krass, ne? Und wenn ihr das mal vergleicht mit anderen YouTubern. Ja, wir sind auch ganz, also Boris und ich haben was für, eigentlich sind wir auch ganz brav. Klar, wir sagen unsere Meinung, aber es geht, also bei uns geht's auch nie unter Goethe-Linie. Und was wir einfach auch nicht vergessen ist, am Ende, ja, sie sind alle in einer gewissen Blase, in der Reality-Blase und in dieser Blase glauben sie auch Stars zu sein. Aber sind wir mal ehrlich, außerhalb dieser Blase interessiert's doch keinen. Also das ist so ein gewisses, ne? Weißt du, für mich war das halt so, es ist halt ein Zufluchtsort für mich gewesen, YouTube. Ich bin ja, von Beruf bin ich ja Jurist. Und ja, und arbeite jetzt so zwei, drei Tage die Woche oder auch vier Tage die Woche. Weil, weiß ich nicht, die Einnahmen werden halt besser, ne? Du bekommst mehr Follower. Es ist aber noch nicht so weit, dass ich halt sagen kann, ich kann von YouTube leben, ne? Ja, ich hab das immer so betrachtet, auch wo ich jetzt so 50 kommentiert hab. Viele haben's ja nicht gemacht, weil das Video nicht monetarisiert wurde. Und wenn's nicht monetarisiert wird, und für mich war das halt so, ach komm, machst du das für meine Little YouTuber, nenn ich's meine, ja, Follower. Und die wollen das sehen, und ich, äh, ja, ich mach das gerne für die, einfach was zurückzugeben, weil die haben mir in letzter Zeit, also, es ist halt total, einige würden mich belächeln, aber die haben mir so geholfen, in voll vielen Sachen, weil, zum Beispiel, äh, also mit meiner Trauer, wie ich damit umgehe, letztes Jahr ist meine Oma an, ähm, ähm, äh, ja, äh, sie hat einen Autounfall gehabt, ist verstorben, und, ähm, ja, und ich, äh, erklär oder erzähl meinen Little YouTubern, wie ich mich fühle innerlich, und die haben, die haben auch alle ihre Trauer, und die haben sie auch zu bewältigen, oder haben sie bewältigt, und die geben mir so tolle Tipps, und fangen mich auf, es ist, also, für mich ist das, ich fühl mich, also, ich fühl mich so mit denen, ähm, verbunden. Wie eine Art, wie eine Art Ersatzfamilie, so ein bisschen, oder? Ja, ich kann es nicht beschreiben, also, es ist wunderschön, ich habe auch sehr viele Freundschaften geschlossen mit Little YouTubern, und ich telefoniere auch, oder treffe die auch mal, also, es ist... Okay, was ich übrigens auch ganz toll finde, also, innerhalb dieser drei Wochen, und da muss ich unserem Lieblings YouTuber fast schon ein bisschen dankbar sein, dass wir da auf den Zug aufgesprungen sind, weil durch den neuen Zulauf von Abonnenten, habe ich festgestellt, was mir überhaupt gar nicht bewusst war, dass echt einige Zuschauerinnen und Zuschauer über 60, über 70 Jahre alt sind, aber einen YouTube-Account haben, und sich die Videos anschauen, kommentieren, gestern wieder eine Dame von 75 Jahren, die kommentiert hat, und gesagt hat, ich schaue euch so gerne, das ist so mein Highlight des Tages, und das war mir gar nicht bewusst, dass sich das wirklich so verändert hat, also, wenn ich an meine Oma zurückdenke, die nun auch einige Zeit nicht mehr erlebt, aber da hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die vor dem PC sitzt und YouTube-Videos schaut, und das scheint sich sehr gewandelt zu haben, und die hat dann auch, haben die Menschen auch geschrieben, ich fühle mich hier so geborgen bei euch, also auch unter der Community, weil das wie eine Ersatzfamilie ist, und da sage ich, wow, dafür lohnt sich das alles schon weiterzumachen. Das ist, also, ich finde es super, dass ihr das gemacht habt, und ich finde, ich habe mir das ein paar Mal jetzt angeschaut bei euch, und ich habe gestern kommentiert zum Beispiel, ein bisschen, und ich finde es super. Ich finde es super, wie ihr das gemacht habt, und wie ihr es macht, und... Obwohl wir teilweise ja, Boris ja auch, das dürfen wir gerne offen sagen, Boris ist ja auch schon 63, und hat auch das Gefühl gehabt, so, eigentlich bin ich gar nicht in der Szene drin richtig, weil das alles Menschen von 20, 25, maximal 30 Jahre alt sind, sie kommen denn hier mit dem, das ist alles cringe und nice und toxisch und dies und das, aber trotzdem hat man das Gefühl, man guckt sich das an, wie du schon gesagt hast, es ist so wie ein Autounfall, du willst weggucken und kannst aber nicht und guckst doch hin und denkst dir nur, Leute, ist das euer Ernst, was macht ihr denn da? Also ich kann es wirklich nicht in Worte fassen, das ist total lustig, auch wenn ihr 63 oder 70 bist, das spielt doch gar keine Rolle. Genau. Das ist halt, ihr habt Lebenserfahrung, ne, und ich glaube, du bist Journalist, ne? Mhm. Genau. Und das ist natürlich wieder eine andere Perspektive, es sind so viele Leute, die haben unterschiedliche Berufe gemacht und machen jetzt YouTube und beschäftigen sich damit und ich hatte auch von dem ganzen, davor gar keine Ahnung, ich habe nicht mal einen Instagram-Account gehabt, ich hatte keinen YouTube-Account, hatte ich nicht, ich habe mich von diesen ganzen Sachen ferngehalten und irgendwann habe ich so, letztes Jahr habe ich dann ein Instagram-Profil gemacht, weil anders ging das nicht, dann habe ich die ganzen Highlights hochgeladen von meinen Videos und die ganzen Leute schreien mir dann, die dir ernst, ne? Also es ist, äh, es ist ein Segen und Fluch zugleich. Genau, und Fluch, ähm, das merke ich nämlich auch langsam so ein bisschen, also auf unserem Kanal ist es ja so, den gibt es jetzt seit 2019 und wir haben uns, haben natürlich, wir haben begonnen damit, dass wir Interviews mit Prominenten gemacht haben, die schon lange nicht mehr im Fernsehen waren, die man aus den 80er, 90er Jahren kennt und so weiter. So hat sich das dann so ein bisschen aufgebaut, ein neues Format kam dazu und so weiter. Und jetzt allerdings, ja, durch die aktuelle Situation haben ich und Boris und ich zusammen zumindest drei, vier Mal die Woche ein Video gemacht und du merkst in den Kommentaren, dass die Leute sagen, oh, ich würde noch gern noch mehr sehen und würde gern noch mehr sehen. Und das fühlt sich ein bisschen, ich will es nicht übertreiben, aber auch schon so ein bisschen nach, du musst abliefern, ein bisschen Druck auch, so dieses, du kannst jetzt mal eine Woche auch mal nicht sagen, du machst nichts, weil du kennst das selber, dann ist es der Algorithmus, dann sind eventuell die Leute gar nicht mehr so richtig dran oder du wirst nicht vorgeschlagen. Also das ist auch so ein kleiner innerlicher Druck zu sagen, du musst jetzt liefern, ne? Oder wie ist das bei dir? Es ist halt Strom, ne? Also man ist so im Strom und das Problem ist einfach, ich habe es ja selber, ich war ja jetzt gerade in Budapest, habe Urlaub gemacht, habe trotzdem noch Videos gemacht, habe jetzt das prominent getrennt Video gemacht, es dauert eine Stunde, weil ich mit ganz viel Folgeplänkel, über den Mr. Käse nochmal rede und das alles kritisiere, was er in seinen YouTube-Videos gemacht hat, ne? Und wie er damit umgeht, weil bis dato habe ich ihm keine Aufmerksamkeit gegeben, außer meine Videos zur Enthüllung, was da passiert ist auf dieser Party und wie es mit der Staatsanwaltschaft gelaufen ist, aber ja, also grundsätzlich, wo war ich denn? Naja, dass dieser Druck da ist, ob man es ständig liefern muss und so weiter. Genau, und dann habe ich halt genau dieser Druck, ich bin jetzt in Berlin und ich liege so im Bett und denke so, ach, du musst ja noch das und das machen, ne? Obwohl ich eigentlich so Museen noch besichtigen wollte und mir das Pergamot-Museum nochmal angucken könnte, aber dann denke ich so, dann mache ich heute Abend noch das und schneide das und das, also man muss irgendwie liefern, abliefern, ne? Also, aber ich habe auch Spaß. Natürlich, ohne dem geht das nicht, ja, ja, genau, das sehe ich genau so. Du weißt ja, wie es ist zu schneiden, ne? Wie lange es Zeit braucht und wenn du halt zum Beispiel kein Geld damit verdienst, viele sagen so, oh nee, nein, das mache ich nicht. Und bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich halt Spaß habe und es ist YouTube, mein YouTube-Channel ist so mein Baby, weißt du? Und ja, so schaut es aus. Und ja, lass uns mal über einen Herrn sprechen, was ja so ein bisschen der Aufhänger unseres Gesprächs ist und da werden wir, glaube ich, auch ganz schnell zumindest ein bisschen ernsthafter, denn das war teilweise alles gar nicht so spaßig, was da passiert ist. Genau. Erzähl mir doch erstmal, wie bist du mit, und wir reden hier über, natürlich über Mike Cies, wie bist du mit ihm in Berührung gekommen? Wann gab es den ersten Kontakt zwischen euch? Wie kam das dazu? Also der erste Kontakt war, glaube ich, wir haben DMs ausgetauscht, glaube ich, über Instagram und mich hatte es damals interessiert, dadurch, dass ich halt neu bin und er hatte halt ein, hier, der hat bei Sommerhaus das Das Wort gemacht und den hatte ich mal angeschrieben damals und wo er dann halt versucht hat, jeden zu bedrohen. Und was war der Grund, warum hast du ihn angeschrieben? Ja, für mich war das so, ja, ich würde dich gerne, dich und Michelle würde ich gerne interviewen. Okay. Und dann hat er geschrieben, glaube ich, damals, ich weiß es gar nicht mehr, in der DM stand dann irgendwie, ja, ich bin gerade mit meinen Rechtsanwälten unterhalten, ich weiß auch nicht, irgendwas war da. Und dann dachte ich so, okay, gut, laber mal. Okay, ich wollte einfach so ein bisschen schlichten und sagen so, ey, das, was du da machst, ist halt wirklich scheiße. Da musst du dich nicht wundern. Und dann hat er irgendwann danach dann bei Ramon ein Interview gegeben und hat halt richtig geschossen. Ich dachte so, wow, der Typ wird es nie lernen. Deswegen scheiß drauf, Tanner. Versuch irgendwie keinen Kontakt herzustellen. Die willst du auch nicht irgendwie in deiner Agenda, hier in der Telefonliste haben. Es ist einfach negative Energie. Und dann habe ich es halt sein lassen. Und dann hat er Informaten, glaube ich, mitgemacht. Und natürlich haben wir unsere Videos gemacht. Wir haben keine Anzeige gekriegt. Und von wegen, die Polizisten durchforsten jetzt irgendwie alles und suchen sich alles an und so. Dann denke ich so, ey, die haben was Besseres zu tun. Oder die Staatsanwaltschaft, die ganzen Anwälte. Du brauchst nur einen Anwalt dafür. Bei der Staatsanwaltschaft die Akte Tana. Genau. Klar, natürlich. Wir gucken ihn die ganzen Videos an und sein Privatleben durchforsten. Ja, und gucken mal, mit wem er was hatte und wieso. Und ist das alles rechtens und so. Dabei ist er der größte Lügenbaron, den es gibt, weißt du. Und das Ding ist, da muss man gar nicht viel enttarnen. Denn er enttarnt sich in der Regel ja immer selber. Indem er einfach heute das erzählt und morgen erzählt er das komplette Gegenteil. Gut, jetzt war es also so. Du hast gedacht, okay, ich mache weiter meine Videos. Und wenn er Thema ist, dann rede ich auch über ihn. Und bin genauso kritisch und so weiter. Und dann hattet ihr aber doch wieder persönlichen Kontakt irgendwie, oder? Ja, das wusste ich halt nicht. Also Erik Sindermann, kennst du ja auch. Klar, unser Modekönig. Ja, also ich sanke jetzt nicht dazu. Aber seit Erik Sindermann kann ich nicht mehr auf Toilette gehen, ohne dass ich meiner Frau entgegenrufe, mach mal bitte Pipi-Geräusche. Ja, und was glaubst du, wenn du groß machen musst, was du dafür machen musst? Das weiß ich auch nicht. Könnte auch sein, ne? Aber dann, wie kamt ihr dann wieder in persönlichen Kontakt? Hat er dich dann kontaktiert, oder? Nein, nein, hat er nicht. Also ich hatte ja mit Erik Sindermann Kontakt. Und er hat ja in Formaten mitgemacht, der Erik. Und wir hatten immer WhatsApp-Kontakt. Und ich war damals mit dem YouTuber Sunny ja, durch ihn bin ich auf diese Release-Party, diese Song-Release-Party gekommen. Seinen Song hatte er veröffentlicht, der Erik. Okay, war das da, wo auch Be Real gedreht wurde? Nein, 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 das war der Anfang. Ach so, okay. Und dann waren wir halt da. Und so habe ich halt so, die Türen wurden halt geöffnet und ich habe da ganz viele Reality-Stars kennengelernt, habe da einige auch interviewt, wie Antonia Hemmer, auch Erik und ein paar andere habe ich da interviewt. Okay. Und habe da auch natürlich Kontakte geknüpft. War auf jeden Fall lustig. Naja, und irgendwann war ich dann wieder in Berlin. Nach einem Jahr, glaube ich. Das war letztes Jahr, um diese Zeit, glaube ich. Ich kann mich nicht mal so richtig erinnern. Also bitte nagelt mich nicht fest, weil ihr könnt euch natürlich auch mein Video anschauen. Da spreche ich auch ausdrücklich, also ausführlich über diesen Fall. Wissen auch viele. Und da war es halt, dass Erik mich eingeladen hat. Erik meinte zu mir so, Tanna, komm auf diese Party. Und ich habe gesagt, wer ist denn alles dabei? Und was ist das für eine Party? Darf ich dir nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Eine geheime Party. Dann bin ich da halt aufgetaucht. Da waren Ismet, Kadalot, Melody. Wer war da noch? Ariel. Also die üblich Verdächtigen sozusagen. Genau, genau. Chris Breu, Diogo, die waren alle da. Und dann habe ich die natürlich dort gesehen. Und dachte so, okay. Also wir reacten drauf. Ich habe auch Diogo gesehen, habe auch kurz mit ihm geredet. Wir haben uns auch lustig über Diogo gemacht und so. Diogo macht, ey, cool, hi. Und so, ne? Also diese Leute sind halt, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und wenn sie sagen so von wegen, die machen da mit, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du die Scheiße verhältst, dass du dann halt geroastet wirst, dass darüber gesprochen wird, ne? Naja, und dann hat er mich auch so ein paar Mal gesehen. Aber er hat immer so geguckt. Der typische Gesichtsausdruck von ihm, ja, genau. Der teuflische, ne? 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 Und dann war da halt noch ein anderer Sänger, die habe ich auch kennengelernt. Und, äh, noch ein Background-Tänzer und die meinten zu mir so, ey, der guckt echt komisch an. Und dann meinte ich so, ja, beachtet den überhaupt nicht, ne? Ich hätte ja mal überprüft, ob irgendwie hinten am Kopf, ob du da drei Sechsen gefunden hättest, eventuell. Dann hättest du gewusst, äh... Ja, 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 das stimmt. Aber wer weiß, ich hätte ja so eine Tätowierung. Weiß es nicht. Who knows? Ja. Und dann bin ich halt rausgegangen mit denen, die wollten, glaube ich, eine rauchen. Und dann auf dem Weg raus habe ich genickt, hallo gesagt, ne? Okay. Er hat mich so angeguckt. Und er meinte, und die anderen meinten zu mir, ich glaube, der hat sich richtig gefressen. Und dann meinte ich so, ja, also, ich glaube, wegen meiner Reaction oder so, ne? Ja. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass er handgreiflich wird, ne? Okay. Er hat mich runtergegangen, bin wieder hochgegangen, wollte zurück. Und da sind halt, waren Säule und, äh, mehrere Launches, ne, wo man sich hinsetzt, ne? Ein enger Weg, ein enger Gang war da, in den hinteren Bereich, äh, wo die, äh, wo die Bar ist. Und dann kam er direkt so auf mich zu, hinter mir war der Background-Tänzer und er hat mich so am Nacken gepackt, ne? Okay. So richtig am Nacken hat er mich gepackt und dann hat er gesagt, Freundchen, jetzt müssen wir mal reden. Na, das ist, ey, wer bist du denn? Lass mich los, ne? Ne? Und dann kam Erik dazu und hat uns so auseinander, wollte uns auseinandernehmen und ich bin dann auf die Launch so gefallen, ne? Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Also ich konnte überhaupt nichts machen und dann, weil ich war auch in dem Moment schockiert und dachte so, wow, was ist denn mit dir los, ne? Und Erik dementiert das ja bis heute, dass er nichts gesehen hätte und so, ne? Aber gut. Waren noch andere Zeugen drumherum? Ja, es waren, äh, das waren mehrere Leute da, aber hinter mir war halt der Background-Tänzer, der hat halt alles gesehen, ne? Okay. Und, naja, ich war dann auf der Launch so und dann war Erik dazwischen und Diogo und Chris dann hinten. Das kann man halt zum Beispiel bei BeFake, kann man das halt sehen, wo sie hinten ihn zurückhalten. Also mich kann man da nicht sehen, ne? Also man kann nicht sehen, wo er mich direkt angepackt hat oder das konnte man halt irgendwie nicht sehen, ne? Kurze Zwischenfrage, weil ich, du erzählst mir und ich hab hin und wieder dann nochmal eine Nachfrage. Also ich stelle mir vor, er packt dich also am Nacken, Erik sieht das und da muss ich mir vorstellen, Erik stellt sich sozusagen zwischen euch und möchte euch trennen, sozusagen. Ja, ja. Und, äh, hat dann ihn weggeschubst oder, 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 oder wie hat er euch getrennt? Nee, genau, er hat ihn so zurückgenommen und Diogo und Chris kam, glaube ich, von hinten. Ich hab die nicht gesehen, ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Okay. Und da war eine Säule halt, ne? Die haben ihn zurückgehalten und dann kam Michelle von der anderen Seite. Ich war jetzt, ich saß hier in der Lounge und Erik war hier, da ist die Säule, der Tisch ist direkt vor mir und sie kam so rum und hat mich angebrüllt, angeschrien, das kommt davon, wenn er solche YouTube-Videos macht. Da dachte ich so, wow. Weißt du, also du als Trash-Teilnehmer hast nicht das Recht, mir zu sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Ja, vor allem sind wir doch mal ehrlich. Sind wir doch mal ehrlich, sie wissen doch alle, wie das Business funktioniert. Du machst irgendwas im Fernsehen, jemand reactet darauf, du hast Reichweite, also der Künstler selber bekommt auch mehr Reichweite, ist mehr wert im Business, also man weiß doch, wie der Arse läuft, sorry. Anscheinend aber nicht. Anscheinend denken sie, die Welt dreht sich um die, ne? Was hast du in dem Moment, ich versuche mich mal in deine Situation hineinzuversetzen. Und ich glaube, wenn mich, ohne dass ich das Gefühl habe, da kommt jetzt gerade was auf mich zu und dann packt mich jemand. Also natürlich bin ich erstmal völlig erschreckt oder erschrocken und mit Sicherheit würde mir auch die Pumpe ein bisschen schneller gehen, weil ich gar nicht weiß, was passiert jetzt. Ja, klar. Und hast du das Gefühl gehabt, da hätte, wäre Eric oder so nicht dazwischen gegangen? Eventuell hätte ich auch vielleicht die Faust gespürt oder hätte man eine geklebt? Ja, ich hätte alles erwartet, ich hätte alles erwartet, also alles. Also von diesem Menschen kann man alles erwarten. Der würde, glaube ich, auf eines Nachts vor deiner Tür stehen, wenn er weiß, wo du wohnst, weißt du? So ein Mensch ist er. Also ich habe den erlebt. Also ich habe richtig Gänsehaut immer noch, ne? Also wenn ich darüber rede, das war ein Schock für mich in dem Moment, weil man fühlt sich hintergangen, man fühlt sich scheiße, du bist auch als Einziger dort, ne? Und es ist einfach widerlich, ne? Ja, und Eric, hast du vertraut, aber Eric und Mike waren damals halt dicke, so richtig dicke, ne? Sind sie auseinander, jetzt schießt er ja gegen, Mike schießt ja gegen Eric und Eric sagt nichts dazu irgendwie. Okay. Und schreibt auf seinen Pappen, ne, Psychiatrie, Ambulanz und dann wundert er sich, warum wir ihn Narzisst nennen, ne? Also diese doppelmoralische Art, wisst ihr mir ja, kennen wir ja von ihm. Glaubst du, dass Eric sich deswegen trotz Provokation zurückhält, weil er auch denkt, na, bevor der Ziesma bei mir vor der Tür steht, halte ich lieber einen Moment? Ja, ich glaube, es liegt daran, dass er damals eher einfach befreundet war mit ihm und ihn einfach in Schutz nehmen wollte, aber bei Ramon im Interview sehen wir ja, wie Eric einfach widersprüchlich die Sachen erzählt. Er ist dabei, hat er was gesehen und dann sagt er so, Tala wollte nur Fame. Also, wo ich dann denke, so war... Ja gut, aber dann hättest du das mit Sicherheit anders inszeniert, also wenn du eine Story willst, dann... Aber ich bin überhaupt nicht so ein Mensch, verstehst du? Ich wollte einfach dahingehend Spaß haben und ich hab ihm vertraut. Wer weiß, ob die das geplant haben. Genau. Das mag durchaus sein. Und diese Blicke im Vorfeld, der hat dich im Visier gehabt und so, wer weiß, was man sich da ausgedacht hat. Was ich mich die Tage über, bevor wir gleich mit der Geschichte weitermachen, was ich mich die Tage jetzt gefragt habe, wo ich mir auch prominent getrennt angeschaut habe, wo man gemerkt hat, dass Michelle mittlerweile natürlich viel mehr kontert und ihm zurücktriggert, sie natürlich seine Trigger-Punkte auch kennt und genau weiß, was sie sagen muss, damit der innerlich ausflippt schon wieder. Ja, sie ist halt emanzipierter Selbstbestimmender geworden und setzt halt Grenzen. Das ist halt natürlich wieder ein Unterschied und das passt ihm natürlich überhaupt nicht, weil er ja ein Manipulator vom Herrn ist, weißt du? Und jetzt frage ich mich natürlich, wo du auch, im Umfeld haben mir zwar die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass Mike, Michelle gegenüber irgendwann mal handgreiflich geworden ist. Jetzt haben wir aber gehört, dir gegenüber ist er handgreiflich geworden. Das heißt, eventuell überschreitet er seine Grenzen auch mal, wenn er in Wut gerät. Und mir ist ja auch zu Ohren gekommen, dass ja, auch innerhalb der Beziehung und innerhalb der Ehe laute Streitigkeiten nicht selten waren, dass sie sich gegenseitig angeschrien haben. Also ich habe so einiges gehört. Genau, ist mir auch zu Ohren gekommen. Ich habe es nicht gesehen, ich habe, also viele haben es ja gehört und also viele, die mit ihm auch zu tun hatten, Frauen, haben ja auch geschrieben, ganz viele. Aber mal gucken, was daraus entsteht. Also ich überlege da noch was zu machen. Okay, und die Frage, du redest wahrscheinlich von der berühmten Telegram-Gruppe, gehe ich mal von aus? Nein, nein, die kenne ich nicht. Die Telegram-Gruppe kenne ich nicht. Ne, ne. Mit denen habe ich nichts zu tun. Ne, ne. Jetzt meine Frage und wie gesagt, das ist ja nur, wir kennen, wir wissen das nicht, den Fakt, aber wir können es eventuell ein Bauchgefühl äußern. Glaubst du, auch innerhalb der Beziehung zu Michelle, kannst du dir vorstellen, dass es zu mehr als lauten Auseinandersetzungen gekommen ist? Hat er sich da angegriffen? Ja, wenn er mich mal so angegriffen hat, ne, natürlich, denke ich das. Denkt man, oder? Das ist ja genauso wie die Jugendamtssache, wo er meinte so, Yvonne wäre diejenige, die das irgendwie, tickt da nicht mal richtig oder was? Jeder hat das gesehen. Jeder hat gesehen, wie du bei Sommerhaus der Stars warst. Da würde jeder anrufen beim Jugendamt. Also, Yvonne war auch natürlich schuld, dass du mit Ariel was hattest, natürlich, dass du eingelogt hast, ne. Also, und da läuft immer noch was, habe ich gehört. Ich habe es auch gehört, ja. Und dass man sogar irgendwelche Livestreams vor der Haustür irgendwie derjenigen macht und so weiter. Also, ich verstehe das auch nicht, man hat ja Freunde, ne, die dann sagen so, ey, Digi, das ist nicht in Ordnung, was du machst, ne, du bildest dich echt daneben. Das Problem ist, das Problem ist, und da kann er vielleicht am Ende gar nicht so viel für, aber ich glaube, er hat keine wirklich guten Freunde. Also, Freunde, die es gut mit ihm meinen, die ihn mal zur Seite nehmen und mal sagen, hör mal zu, lass es mal hinsetzen auf ein Bierchen oder bei ihm wahrscheinlich lieber auf ein Weinchen, wie wir seit den letzten Livestreams ja immer gesehen haben. Das ist immer das große Weinglas, was immer bei ihm auch. So mit Katzenfutter, ne. Katzenfutter, rohe Eier und so, da ist man schön von. Und er meinte doch, ich mach das nicht für Geld. Ne, ne, ist klar, aber er fragt eine halbe Stunde lang. Also, wir haben mich jetzt getrennt, Michelle braucht das Geld, ich nicht, ich bin reich. Ich hab meine volle Gage gekriegt und die hätte gefehlt, weißt du. So schaut's aus. Also, gut, jetzt haben wir die Situation, es war dieser Angriff, man ist dazwischen gegangen, du bist erstmal wahrscheinlich völlig durch den Wind und weißt gar nicht, was passiert denn da gerade. Wie ging's denn dann weiter an dem Abend? Also, danach kamen fünf Türsteher, haben mich rausgebracht. Oh, okay. Zum Schutz oder weil sie geglaubt haben, du warst der Provokator? Ja, ja, die wollten Mike schützen. Ja, ja, ne, ist klar, verstehe. Ja, ja, und dann bin ich halt raustransportiert worden irgendwie und da waren halt ganz viele Türsteher, mit denen ich dann halt geredet habe und die wussten halt sofort, wie ich drauf bin. Also, braucht man wenig Menschenkenntnis eigentlich, weißt du, wie Menschen geben und wie Menschen sind. Und ich hatte, in dem Moment war ich unter Schock und dann habe ich natürlich mit Yvonne telefoniert. Yvonne war diejenige, die mich so dermaßen supportet hat, ne, in dieser Szene. Also, das ist, weißt du, wenn man sagt so, das ist eine Frau mit Eiern, wirklich, die spricht Tacheles und weiß ganz genau, was sie sagt und was sie macht. Und in dem Moment meinte auch Yvonne zu mir, ich wollte eigentlich die Polizei rufen. Ich kann mich nicht mal so richtig daran erinnern, muss ich sagen. Also, ich wollte die Polizei rufen, da habe ich mit Yvonne geredet und Yvonne meinte so, ja, ruf die Polizei. Und dann kam Erik raus, ne, der, der mich ja verspottet hat bei Ramon in seinem Video. Danach halt meinte er, er warte direkt zu mir so, Yvonne, bitte ruf die Polizei nicht. Wir arbeiten schon seit längerem an diesen Folgen und das würde alles, das Ganze würde, das Budget würde auseinanderbrechen. Alles würde auseinanderbrechen, das würde nicht gehen, ne. Und Erik zuliebe, also in dem Moment hätte ich die Polizei gerufen, müssten sie nochmal wahrscheinlich Termine vereinbaren und es würde wahrscheinlich auch ganz große Probleme geben, weil... Aber das hätte man noch mit einbauen können in die Story. Gut, wir wissen alle mittlerweile, be real ist jetzt nicht wirklich sehr real, aber... Deswegen sage ich ja, be fake. Ja, ja, genau, also, aber... Für mich ist das be fake, die Leute, meine Follower wissen mal ganz genau so, wenn ich be fake sage, weißt du, was es halt ist vom Automat. Aber kann man sich vorstellen, wie Berlin Tag und Nacht und so, ist es ein komplettes Drehbuch? Ja. Natürlich, ja, ja, klar. Aber dann, und ich habe mir, ich muss gestehen, ich war dann irgendwann raus, weil es mir auch zu blöd war, ich habe mir, glaube ich, die ersten fünf, sechs Folgen mal angeschaut. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Kader Loth sehe, die mit dem Isi da ist, sie reden über einen Kinderwunsch, sie reden darüber, dass sie ein Kind adoptieren wollen, dies und das. Und zumindest bei den beiden, ich hätte ihnen die Storyline abgenommen, es hat gepasst. Da muss man sagen, Hut ab, das klang jetzt nicht ganz weit entfernt von, es hätte auch sein können. Aber wieso gibt man sich für solche Storys her, wenn dann doch am Ende rauskommt, dass das alles nicht wahr ist? Und es wurde nicht beim Abspann, also du hast zumindest bei Köln und Berlin im Abspann ja sowas wie, die Geschichten, Protagonisten sind frei erfunden oder was auch immer, das war hier nicht eingeblendet, ne? Also ich glaube, das Thema ist nochmal ein Unterschied, warum sie das halt Be Real nennen. Ich glaube, da existieren nicht wirklich volle Texte, wonach sie gehen, sondern es gibt ein Thema. Da können sie frei reden. Genau, gebt euch authentisch wie möglich. Verstehe. Aber bei sehr, sehr vielen, die zum Beispiel nicht so wirklich grammatikalisch korrekt sind, hört man dann, okay, das war ein Text. Okay, wenn es also auswendig gelernt klingt und es geht wie ein Vorlesewettbewerb in Klasse 3 oder so. Ja, das sieht man, das sieht man, klar. Also ich bin halt, ich liebe halt zum Beispiel, ich bin halt so ein Filmfreak, ne? So auch Oscarfreak, kann man das auch nennen und das ist halt so mein Steckenpferd und ich liebe das halt, über Movies auch zu reden. Was ist dein Lieblingsfilm? Wie bitte? Was ist dein Lieblingsfilm? Wow. Also eines meiner Lieblingsfilme ist Inception, Interstellar, wir haben ein paar davon, also ganz viele. Also in die Richtung gehend, okay. Genau, genau. Was ist dein Lieblingsfilm? Oh, da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Also über viele, viele Jahre war es in der Tat wirklich die Zurück in die Zukunft-Triologie, die ich einfach total abgefeiert habe. Und war auch Teil 2 zum Beispiel, war ich damals dreimal im Kino drehen und dann kam ja später Teil 3 und das war auch sogar meine erste Videokassette, die ich gekauft habe für 40 Mark noch. Da hört man raus, wie alt ich bin. Ja. Aber das war so mein Absolut, da kann ich bis heute mitsprechen. Ich kann wirklich alle drei Teile mitsprechen. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall nicht Darsteller fixiert, sondern es kann sein, dass ich, ähnliches wie bei Musik, dass ich generell einen Künstler gar nicht gut finde oder einen Schauspieler und dann gibt es einen Film, da finde ich ihn einfach toll und dann liebe ich den Film. Und das heißt aber nicht, dass ich den Darsteller an sich für alle seine Filme liebe, sondern der eine Film ist dann einfach mein Meisterwerk. Also ja, für mich ist das ja so Al Pacino und Robert De Niro auch, so Casablanca und hier der Pate, Marlon Brando, das sind so Sachen, wo ich damals mit meinem Opa zusammen geguckt habe im Fernsehen und ich habe die dann immer wieder, damals Videokassetten haben wir die aufgenommen und so haben sie immer wieder geguckt. Und also seitdem ist so meine Faszination da für Film, für die Filmbranche. Cool. Sehr cool. Sehr gerne, ja, ja. Sehr, sehr cool. Und dann, gut, hast du dich also bequatschen lassen? Du hast an dem Abend, wenn ich das richtig verstehe, keine Anzeige erstattet? An dem Abend habe ich eine Anzeige erstattet, also das ging ja noch weiter, da kam ja Michelle raus und wollte mit mir reden. Hat sich für ihr Verhalten auch entschuldigt. Okay. Und ja, das war halt, das war wahrscheinlich extrem temperamentvoll und wahrscheinlich hat sie auch gedacht, ich hätte was gemacht, ich weiß jetzt nicht, ob sie das auch mitgekriegt hat. Und sie wollte eigentlich einen schönen Abend, glaube ich, erleben, der Bruder von ihr war, glaube ich, auch da, aber... Hast du das Gefühl gehabt, die Entschuldigung kam von ihr oder man hat ihr angeraten, entschuldige dich besser, es kommt viel besser, wenn du mal eben rausgehst und dich entschuldigst? Was hast du für ein Gefühl gehabt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie ist schon ein Mensch, die ihre Fehler sieht, aber die so zwiegespalten ist. Einerseits ist dieser Manipulator da, der über dich regiert und du wie so eine Marionette hin und her bewegt wirst. Andererseits ist es halt so, dass sie, glaube ich, anders wäre, wenn sie mit diesen Menschen nicht zusammengekommen ist. Also wir haben Menschenkenntnisse, wir wissen, wie Leute ungefähr ticken, wie sie halt sind, auch in Formaten. Und ich glaube, sie hat das Beste getan, was sie je in ihrem Leben hätte machen können, sich von diesen Menschen zu trennen. Ja, wobei man ja sagen muss, wer so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, weiß natürlich auch, es gibt weiteren Kontakt. Sie telefonieren regelmäßig miteinander. Dann gibt es ja diese Katzengeschichte, dass man sagt, eigentlich ist das ja ihre Katze, aber er wollte sie ihr nicht zurückgeben. Keine Ahnung, ob das so ist, das sagt man zumindest. Ja, ja. Und aber auch, ich sage dir mal ein Beispiel, ich habe die Woche jetzt Kontakt mit Michelle gehabt und habe auch nach einem Interview gefragt und so weiter. Und erst hat sie ja direkt nach zehn Minuten ja gesagt, dann hat sie sich eine Stunde nicht gemeldet. Und da habe ich schon gedacht, na, wenn die sich mal nicht mit ihrem Noch-Ehemann da kurz geschlossen hat. Und natürlich hat Maik gestern im Livestream sogar erwähnt, dass wir Kontakt mit ihr aufgenommen haben. Dann habe ich am Abend gestern nochmal nachgefragt, was jetzt ist. Dann hat sie sich darauf bezogen, dass sie Interviewabfragen mit RTL abstimmen müsste. Und deswegen kann sie da jetzt nicht Ja sagen und so weiter. Und mir war klar, dass Maik ihr gesagt hat, lass da die Finger davon. Na loge, na loge. Es ist doch klar, dass er seine Finger drin hat. Na klar. Also da wissen wir ganz genau, woher der Wind weht. Und deswegen sage ich mal, wo du sagst jetzt, das war die beste Entscheidung, dass sie sich von ihm getrennt hat. Ist das für dich eine wirkliche Trennung oder sagst du dieses toxische Verhalten? Und man hat sie auch mal prominent getrennt gesehen. Sie sagt ja ganz offen, es gibt immer noch eine sexuelle Anziehung. Ja, ja. Wo sie ihr Bein so rübergeschoben hat oder so gepackt hat. Also ich dachte auch, die hat ein getrenntes Zimmer. Aber warum haben sie ein getrenntes Zimmer? Weil die den anderen nicht zumuten müssen, dass sie halt so ein Toxic brauchen. Das war mir auch gleich klar, dass man diese Diskussion niemandem zumuten will, die es da mit Sicherheit noch geben wird. Am besten hat es Kim Virginia gemacht, ne? Du bist doch der Toxic-Dude, oder? Ja. Und nein, bitte nenn mich, wenn, dann nenn mich Narzisst. Das fand ich sehr lustig, vor allem, weil er in jedem YouTube-Video live sagt, hör auf mich Narzisst zu nennen. Und wer es im Chat schreibt, wird sofort gebannt und gelöscht und so weiter. Aber hier sagt er, nee, du, wenn, dann nenn mich Narzisst. Aber er sagt doch auch immer so, ich werde immer auf Sommerhaus des Stars besociert. Worüber wollen wir reden? Über das Sommerhaus? Genau. Und jetzt ist er hier, im Sommerhaus 2.0, wie er es ja begrüßt. Ich hab's ja direkt auf mein Thumbnail, ne? Da ist ja der Teufel so, mit roten Augen. Und oben steht Sommerhaus 2.0. Ich weiß gar nicht, ich würde zu gern mal sein Gesicht sehen, wenn er sich mein Video anschaut. Ja, manchmal möchte man gerne Mäuschen spielen. So, und dann, genau, kam's dann doch zu der Anzeige? Nee, also, Michelle kam zu mir, wir haben dann nochmal geredet und Yvonne war auch am Telefon mit bei, ne? Also, ich hab auch sehr, sehr oft mit Yvonne, Yvonne hat mich eigentlich unterstützt, ne? Also, es war komplett, sie hat mich gesportet. Und ich wollte eigentlich auch nicht wieder reingehen. Und Yvonne meinte halt zu mir so, Thanna, geh rein und zeig von wegen, dass du keine Angst hast und so. Aber ich war unter Schock, ne, in dem Moment. Zum Glück bin ich reingegangen, ne? Zum Glück bin ich reingegangen und hab ihn einfach, um einfach auch zu zeigen so, ey, wisst ihr was? Hätten die Türsteher mich scheiße gefunden, hätten sie mich nicht reingelassen, ne? Und wüssten, dass es halt von mir auskommt, hätten sie mich nicht reingelassen. Ich hab mit Michelle geredet und er stand an der Tür, hatte nicht die Eier zu mir zu kommen, mit mir zu reden. Und hat seine Frau vorgeschickt. Und sie hat sich, äh, also sie hat sich halt, äh, für das Verhalten von ihm auch entschuldigt. Und, äh, ja. Also, das war, in dem Moment hätte ich wirklich die Polizei rufen sollen. Aber ich hab das dann so gemacht, äh, Yvonne war halt auch immer am Telefon, ne? Und, äh, die hat auch gesagt, so, Tana, äh, dann mach das halt so, dass du dann halt zur Polizei gehst und mach eine Anzeige oder mach das übers Internet und so. Und dann bin ich halt zur Polizei gegangen, hab da auch ein Video aufgenommen, direkt Instagram, ne? Und hab gesagt, so, ey, ich lasse das nicht irgendwie auf mir beruhen, sondern, ähm, äh, möchte das jetzt erwähnen und, äh, hab eine Anzeige gemacht. Und hab das parallel nochmal, ähm, halt übers Internet gemacht. Aber, äh, es war echt so, dass der nächste Tag oder die Nacht waren, waren grauenvoll. Warum? Weil du auch ein Stück weit ein schlechtes Gewissen hattest? Nein, ich hab mich so psychisch, psychisch, ich hab, zum Glück hab ich's gemacht, aber psychisch hab ich mich so eklig schlecht gefühlt. Und bin dann ins Hotel gegangen und ich konnte überhaupt nicht schlafen. Aber warum hast du dich schlecht gefühlt? Ja, weil, ähm, du wurdest da eingeladen. Ich glaub, schlechtes Fühlen ist halt was anderes, sondern so... Mitleid? Ich weiß es nicht, oder? Ja, ich weiß nicht, also ich hab mich einfach so klein gefühlt, weißt du? Ich war so nicht verstanden und keiner hat mich mal gefragt, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ähm, zwar war da ein Produktionsmitarbeiter, der zu mir kurz gekommen ist und, also, weiß ich nicht, so auch Angst gehabt, ne? Also, weil er meinte ja, ich hätte ja sofort am nächsten Tag oder ein paar Stunden später ein Video gemacht. Nein, ich bin nach Hamburg gefahren, Sonntag war ich dann noch in Berlin und hab am Mittwoch dann mein Video gemacht dazu. Tanner, was mir jetzt grad, wo du das erzählst, direkt auffällt, ist dieses Gefühl, was du da hattest in der Nacht. Kannst du dir vorstellen, dass das das Gefühl ist, was Yvonne kennt, wenn sie mit ihm im Stress ist, dass es dasselbe Gefühl ist, was du auch in dieser Nacht erlebt hast? Also, dieses Gefühl von klein gehalten werden, von ein Stück weit vielleicht eine Mischung aus Mitleid und schlechtem Gewissen oder aber auch doch, ich will mich wehren, ich will nicht, dass er das mit dir macht. Könnte das genau das Gefühl sein, was Michelle seit vier Jahren auch durchlebt? Immer wieder? Könnte sein, es könnte sein. Also, ich glaube, irgendwann passt man sich halt an und es ist ja so, wir sagen ja, wir sind ja gewöhnungsbedürftig, wir Menschen, ne? Und wir passen uns an und irgendwann wird diese Anpassung oder dieses Gefühl einfach taub. Ja, aber... Und dann funktionierst du einfach nur. Das stimmt, aber es gibt mit Sicherheit, ich nehme mal das Beispiel eines Alkoholikers oder eines Gewalttäters, der, wenn er als Beispiel die Partnerin schlägt, danach sagt, es tut mir leid, ich mache das nie wieder. Die Partnerin sagt, okay, ich versuche dir das zu verzeihen, irgendwann, im Suff, wie auch immer passiert ist, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Immer wieder kommt die Entschuldigung, ich mache es nie wieder. Irgendwann glaubst du das natürlich nicht mehr, weil du weißt, das ist ja schon so oft passiert und so weiter. Und hier mit seinen Ausbrüchen, die er ja hat, egal wem gegenüber, ist ja, wenn du sagst, dieses Gefühl von, du willst ihm ja eventuell auch nichts Schlechtes, du willst ihm ja nicht bewusst schaden und so weiter. Aber dass das natürlich auch irgendwann ein Normalitätsgefühl wird, wenn man immer wieder mit ihm zu tun hat, weil man merkt, jetzt kommt wieder die zweite Seite in ihm zum Vorschein. Das ist eine Art Normalität irgendwann auch. Und ich glaube, das hat Michelle auch über die Jahre kapiert, dass sie irgendwie emotional natürlich an ihm hängt. Also emotional und, man muss es ganz offen sagen, auch sexuell. Denn da gibt es ja diese Rollenverteilung, das sagt sie ja auch ganz offen, da gibt es diese Anziehung und da gibt es diese, ja, dieses, wie soll man sagen, dieses gegenseitige, du bist der Bad Boy, du bist der Dominierende, ich bin die Devote und lass mir das gefallen. Genau. Und das, was vielleicht im Bett funktioniert, und da gibt es ja viele Menschen, die sagen, das ist mein Kick, mein Rollenspiel, was ich gerne habe. Aber die wollen natürlich im wahren Leben einen Partner, der auf Augenhöhe mit ihnen kommuniziert, was im Bett gemacht wird, das ist die eine Geschichte. Aber im wahren Leben möchte man im Regelfall keinen, der mir diktiert, was ich zu tun habe, was ich anzuziehen habe, was ich mir aufs Brot schmieren darf und, 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 und. Und da muss man sagen, und das ist gerne nochmal ein gut gemeinter Tipp, aber das weiß er am Ende natürlich auch selber, das ist wirklich, da braucht es Bedarf eines weiteren Psychologen, um das in den Griff zu bekommen. Ja, und das ist, das ist eines der wichtigsten Punkte, in meinem Video sage ich ja auch so, also, versuch nicht die Verantwortung auf andere abzuwälzen. Ja. Übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung, nicht wir waren es. Oder kein KI-System war es, der dich dahin gepflanzt hat und der sich so benommen hat, sondern du warst es. Dein Verhalten bringt es dazu. Lern aus deinen Fehlern. Hol dir Hilfe. Und bei Sommerhaus des Das habe ich ja schon gesehen. Also die Michelle ist wirklich sehr devot, ne? Und er kriegt sie immer wieder klein. Die darf nicht Kontakt haben zu den anderen, ne? Er regiert über sie. Also sie ist wirklich wie so ein Roboter, die eigentlich alles tut, was er möchte. Und das ist wirklich sehr fatal, ne? Klar, gibt es Menschen im Leben, die devot sind, die dominant sind, die diese Rollen lieben, ne? Aber es ist halt sehr, sehr toxisch, wenn man sich den ganzen Tag streitet. Und du bist ja nicht alleine in der Wohnung oder im Haus. Es sind ja noch andere Menschen. Die kriegen das ja mit. Das ist ja Stress pur, ne? Und abends dann sich versöhnen mit kurzem Rein-Raus, ein Dong-Si-Deng-Si, ne? Bringt nichts. Das bringt dich nicht weiter im Leben. Es ist nicht Augenhöhe. Es ist keine Augenhöhe da. Du wirst immer wieder unterdrückt, immer wieder unterdrückt. Und jetzt habe ich halt eine Michelle erlebt, die wahrscheinlich einen Therapeuten hatte und mit dem halt weitergekommen ist und sich also Grenzen setzen kann, selbstbestimmerisch ist. Aber ich merke auch eine Michelle, die in ihre alte Muster fällt. Sie weint. Sie hat ein schlechtes Gefühl ihm gegenüber, ne? Und er genießt es regelrecht. Genau. Und wir sehen jetzt mal prominent getrennt, wunderbar, wenn er wieder zu ihr sagt, spiel nicht wieder das Opfer. Das ist das Trigger-Wort für sie. Ja, ja. Und sie sagt, ich bin nicht das Opfer. Ich sage nur meine Meinung. Ich sage, ich äußere mein Gefühl. Ich bin aber kein Opfer. Sie wissen natürlich beide gegenseitig natürlich, wie sie sich wieder hochtriggern können. Das wissen sie beide. Ja, natürlich. Und der Punkt ist, glaube ich, und das ist jetzt, wie sagt er immer so schön, Küchenpsychologie. Also, und ich bin nun auch einfach ein Mensch, der Lebenserfahrung hat und der seit über 30 Jahren Beziehungen geführt hat und viele Menschen, viele Frauen kennengelernt hat, oftmals auch mit einfach beschissenen Vergangenheiten. Und da brauchen wir, glaube ich, da brauchen wir keinen Psychologen, der uns bestätigt, dass die beiden einfach wirklich getrennte Wege gehen müssen. Ansonsten werden sie nicht voneinander loskommen. Das bedeutet am Ende wirklich, kein Kontakt blockiert euch gegenseitig, löscht euch auf sozialen Netzwerken, führt auch keine Telefonate miteinander. Ja. Ihr habt keine Kinder zusammen, also müsst ihr diesen Kontakt nicht zwangsläufig haben. Ja. Das wird sonst ein Never-Ending-Story. Aber weißt du, was das auch Interessante ist? Die sitzen da in diesem Fahrzeug, fahren zur Villa und da sagt er so, ja, überleg doch mal, warum habe ich mich so verhalten? Warum? Du bist die Schuldige. Aber das macht er ja immer. Ja, ja, du bist sie, aber sie sagt so, sie sagt ja, das war halt irgendwie, wo sie gehört hat, dass er fremdgegangen ist, das war so der springende Punkt für sie. Und dann sagt er so, ja, warum, überleg mal, überleg mal, du hast so einen Menschen die ganze Zeit, der dich gaslightet, der dich manipuliert, also was das Zeug hält. Du bist irgendwann nur noch so Gaga. Überleg mal, du hast jetzt vier Jahre mit dieser Person irgendwie, ja, da brauchst du einen Exorzisten, glaube ich, ne? Emily Rose. Ja. Einmal bitte Weihwasser und dann geht's los. Immer das hilft. Das hilft, glaube ich, auch nicht. Du musst, glaube ich, zum Matikan, da musst du erst mal ein paar Exorzisten engagieren. Ist doch so. Wenn ich das so erlebe und sehe, ich denke so, ich würde, weiß ich nicht, das würde mir die Luft wegnehmen. Aber ich meine, ich habe seine Präsenz auch erlebt, ne? Die Präsenz ist auch wirklich so, wie sie es dort darstellen. Diese Nazgul-Musik, die Reiter, die schwarzen Reiter kommen. Und du hast wahrscheinlich im Hintergrund, im Hintergrund hat man, obwohl man es nicht hört, in den Ohren trotzdem den Song Toxic, irgendwie, dass man die Geigen hört im Hintergrund, wenn man Mike sieht irgendwie oder so. Dein Lieblingssong auf der Playlist. Ja, und hier, aufgrund Frauenfeindlichkeit, das hat er euch ja irgendwie versucht zu untersuchen. Ja, ja, genau. Also, das ist interessant. Also, wenn der Mike Sieß wirklich anderen Leuten Frauenfeindlichkeit irgendwie vorwirft, ist das wirklich im Hinblick auf darauf, wie er seine eigene Frau behandelt, das Höchstmaß an Ironie. Wahrscheinlich verstehen wir nur nicht, dass er es in Wirklichkeit ironisch gemeint hat, aber wir kapieren den Gag nicht wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Nee, 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 wir nicht überhaupt. Nee, nee, das, genau, so weit, so, in so, in so, in so weit sieht man noch nicht. Ne, das ist ja, das ist ja hochintelligent, ne. Aber ich glaube, und da, äh, können wir nochmal kurz drauf eingehen, ist es natürlich so, dass er, ähm, große Probleme ja einfach mit Ehrlichkeit hat. Und das sehen wir unter anderem auch in seinen Livestreams und in seinen generellen YouTube-Videos, dass er versucht, ein Konstrukt aufzubauen und merkt irgendwann natürlich, das bricht alles ein. Ich nenne mal ein Beispiel. Ja. Ich habe einen neuen Job, da gehe ich hin irgendwie, darf aber nicht sagen, wo, damit ihr nicht da steht und damit ihr mir den Job nicht, oder ihr wollt meinen Chef anrufen und, und wollt dafür sorgen, dass der Job wieder kündig wird, deswegen darf ich nicht sagen, wo das ist. Man merkt aber relativ schnell, er ist bis morgens um fünf, um sechs so irgendwie wach, weil er noch Videos aufgenommen hat, wie auch immer, geht dann schlafen, da frage ich mich, wo gehst du denn dann zum Job? Hast du nicht geschlafen die Nacht über? Dann, ähm, ist es so, er sitzt ja in seiner neuen Wohnung mit seiner wunderbaren, äh, Tee-Lichterkette im Hintergrund, genau. Ähm, und hat eigentlich keine Möbel, weil man hört ja, wie hallig es da ist im Hintergrund, das heißt, der Schreibtisch ist da, das Whiteboard, der Perfect Whiteboard. Aber er braucht doch eigentlich kein Geld. Er ist doch so reich. Ja, na, sie hat ja, war es nicht so, hat er nicht erzählt, dass die, die Gage, die zumindest kam von Prominent getrennt, dass Michelle dafür gesorgt hat, dass das Geld ausgegeben wurde mit... Ja, 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 bla, 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 bla. Ja, ja, das, also es ist für mich so wie, als würde ein Deezo vorbeifahren. Und dann, äh, haben wir die Situation, da wird irgendwann der Job ja gar nicht mehr erwähnt, äh, weil, ne, weil, wenn man nicht erwähnt, dann, dann ist das auch nicht mehr Thema. Ähm, und er sagt aber natürlich auch, mir geht's diesen Monat ganz schlecht. Er hätte, glaube ich, im Vormonat 17 Euro mit YouTube verdient. Sage ich, äh, lieber Herr YouTuber, irgendwas machst du definitiv falsch, wenn dein Business nicht läuft mit 17 Euro Auszahlung bei YouTube. Ja, mich nennt er YouTube eine Person. Ah, okay. Mhm. Also, an ihm noch ein anderer YouTuber hat mich auch YouTube eine Person genannt. Genau. Da gibt's doch andere YouTuber gibt's auch noch, ne? Ja, und, und dann kommen so Sachen wie, er hat kein Geld, Kühlschrank ist leer, dann gibt's ja diese Care-Pakete, die ihm dann geschickt werden, wo Menschen ihm Wurstpakete schicken, dann der, der eine, der ihm immer Weinflaschen geschickt hat, wo er jetzt jeden Abend eine Weinflasche leert. Ja, ja. Und der Oberhammer war ja, dass er wirklich, nachdem er uns ja angeschissen hat, weil wir in unseren Videos ja einen Paypal-Link reingestellt haben, einfach mit dem Zusatz, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, muss keiner... Also, der Unterschied ist, guck mal, der Unterschied ist, das werde ich mir mal kurz sagen, ich hab auch ein Paypal-Konto und zum Beispiel, ich hab ja jetzt mit The50 überhaupt nichts verdient, ne? Ich hab's reingestellt und ich hab's damals auch gesagt, für die kunstheorische Freiheit, ne? Und es ist jetzt auch nicht so groß, dass ich halt, also, ich verdiene jetzt nicht so viel mit YouTube, ne? Es ist so eh nicht viel. Und das Ding ist, dann gibt's da Leute, die sagen so, Tana, ich möchte dir gerne mal 10 Euro überweisen oder ich möchte dir 20 Euro überweisen. Und weißt du, was ich mache? Ich sag jedes Mal so, nee, musst du nicht. Mach das bitte nicht. Und dann machen die das. Aber es ist halt so freiwillig. Genau. Also, es gibt ja auch auf Instagram Leute, die sich halt wirklich scheiße benehmen, wo dann deren Instagram-Profil gesperrt wird oder gelöscht wird, weil sie sich wirklich richtig scheiße benommen haben. Und dann erbetteln sie Geld und sagen so, ich hab hier mein Konto, ich hab Scheiße gebaut, meine lieben Follower, schickt mir bitte Geld, ne? Aber mein eigenes Geld rühre ich nicht an. Ich mach weiterhin meine Shows und rede immer noch viel Scheiße, so dass ich halt die Anwaltskosten zahlen muss, aber ihr macht es, ihr müsst es zahlen. Dann weine ich noch eine Runde, ne? Direkt vor, ein paar, mach ich ein paar Storys. Das ist der Unterschied, ne? Wir erbetteln uns das Geld nicht. Und diese Person hat ja irgendwas mit 10.000 oder 12.000 Euro erbettelt, ne? Wo ich dann denke so, wow, was ist gut mit dir? Ist dir irgendwas auf den Kopf gefallen? Oder wieso geben diese Leute dieser Person Geld? Man sieht doch schon, dass ihr Konto, Instagram-Konto gesperrt werden musste. Aber sie ist halt wie Unkraut, ne? Die kommt überall wieder raus. Und es ist so, bei meinen Videos, ich erwähne in den Videos nichts vom Paypal, es gibt keine Einblendungen über das Paypal-Konto. Man kann das lesen, wenn man das sieht in der Beschreibung, dann kann man das tun oder nicht. Genauso mit der Kanalmitgliedschaft, man kann, wenn man uns unterstützen möchte, das gerne tun. Dann gibt es die Interviews, die wir jetzt machen, gibt es einfach 24 Stunden vorher für Kanalmitglieder schon zu sehen. Auch da kann man freiwillig sagen, interessiert mich, würde ich gerne vorher schon gucken. Und wenn nicht, dann nicht, es zwingt einen keinen. Aber dann hast du ihn, der uns das vorwirft, wie billig und bettlerisch das ist und einen Tag später philosophiert er selber darüber, dass er jetzt Paypal da rein macht und sagt übrigens, ich habe keine Erfahrung mit Paypal, ich hatte vorher keins und es ist ja wohl rausgekommen, dass er unter den Namen seiner Ehefrau vorher schon irgendwie ein Paypal-Konto geführt hat. Aber weißt du, was lustig ist? Wenn du da stehst und so machst, ach, Paypal, ich kenne mich damit überhaupt gar nicht aus. Genau. Kann mir bitte jemand mal irgendwie das erläutern? Und ich stand da nur noch und dachte so, okay, das nehme ich auch auf. Das habe ich jetzt auch kopiert, das Video, das packe ich mir aus. Auch irgendwie, ich habe jetzt ganz viele Videos habe ich ja kopiert von dem, ne? Und, naja, man kann das ja später, er ist ja auch so ein Mensch, gegen ihn verwenden. Ja, genau, hat er ja bei uns gleich gemacht. Er hat gleich am ersten Tag, als wir angefangen haben, hat er gleich gesagt, ich habe die ganzen Videos aus Kanals runtergeladen und schaue mir das an. Genau, und die Staatsanwaltschaft, die steht da und guckt natürlich rauf. Oh mein Gott, ja, das ist nicht schlimm. Das müssen wir auf jeden Fall anklagen und das ist natürlich Strafe. Und dann wollte ich nur sagen, dann kritisiert er selber Paypal, sagt einen Tag später, oh, warum könnte ich eigentlich auch selber machen? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und dann aber noch Folgendes, ich sage nur McDonalds QR-Code. Hast du die Geschichte mitbekommen? Das weiß ich nicht, nein, bitte. So, da hat er am Tag nach dieser Paypal-Geschichte, sagt er denn, ich habe mir was anderes überlegt, wie ihr mich unterstützen könnt. Ihr geht doch bestimmt alle gerne mal zu McDonalds und dann kannst du ja den QR-Code scannen, um Punkte zu sammeln bei der McDonalds-App. Ne, und dann hat er gesagt, schreibt mich an, per DM, dann bekommt ihr von mir meinen QR-Code von der McDonalds-App, dann könnt ihr eure Punkte, die ihr sammelt, wenn ihr dort was kauft, könnt ihr mir gut schreiben lassen, dann kann ich mir ab und zu davon wenigstens ein McDonalds-Menü leisten. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ist das nicht der Bodensatz am Bettel-Lie? Ja, also wie tief muss man sinken, bitte? Das habe ich auch in meinem Video gesagt, also wie tief muss man sinken, also, und dann ab und zu da gibt es ja keine Menschen, also eigentlich müsste das Management ja sagen, so, Mike, das geht nicht. Wir schützen dich vor dir selber auch im Zweifel. Ja, also ich würde als Management, glaube ich, ich würde ihm direkt, alles sperren, sein Handy aus der Hand nehmen und sagen, jetzt musst du mal arbeiten gehen und frische Luft, frische Luft tut dir gut, kein Alkohol, frische Luft, aber nein, nee. Und dann würde ich gerne noch fragen, da bin ich leider zu wenig im Thema drin, ich habe es nur nebenbei mitbekommen. Dann hieß es ja durchaus, und das ist glaube ich gerade am Rande erwähnt, dass es ja durchaus Menschen gibt, die ihm schon finanziell natürlich geholfen haben aus der Community und dann soll es wohl ja auch eine Dame geben, die ihm mal Geld geliehen hat. Ich habe zwar verschieden große Summen gehört, einer sagte mir nur, nee, das sind 200, dann habe ich mal was von 16.000 gehört, whatever. Und dann in der letzten Woche, das habe ich nur am Rande gesehen, weil sie nämlich sofort gelöscht wurde, hat eine Dame geschrieben, wann bekomme ich eigentlich mein Geld von dir zurück? Irgendwie so in dem Wortlaut. Und dann ist es direkt gelöscht worden und sie ist blockiert worden. Ja, die Dame kann mich gerne mal anschreiben, schreibt mich gerne an, aber auch die Kommentare, die zum Beispiel bei ihm unten, ganz viel Copy-Paste-Sachen habe ich gekriegt, ich glaube 35, 35, wo die Leute kommentiert haben und er immer wieder gelöscht hat. Da gibt es ja irgendwelche komischen Admins, wo ich denke so, wow, die werden unterstützt, sind das Freunde von ihm. Aber ihr könnt gerne eure ganzen Kommentare, also auch bei dir hier unten, ordentlich auch für seinen Algorithmus kommentieren und das reintun, die ganzen Bausteine und bei mir natürlich auch. Also ihr seid herzlich willkommen, meine Lieben. Genau. Und lasst uns zum Ende schnell erfahren, was ist jetzt aus der Anzeige geworden? Leider wurde die Anzeige fallen gelassen. Weil nicht bewiesen werden konnte, wie es war? Ja, es gibt halt, wie soll ich sagen, also dadurch, dass ich halt selber auch in dem Beruf tätig bin, es ist halt so, es gibt Wichtigeres. Es ist so, also es ist natürlich schade, es ist traurig und das ist halt eine Person der Öffentlichkeit, also er denkt jetzt, er wäre natürlich Queen Elizabeth, ist er nicht, aber... Nicht mal King Charles, ja. Nicht mal, genau. Und es ist halt fallen gelassen worden. Es ist halt so, ich hätte eine Klage einreichen müssen, aber dann habe ich gesagt, so weißt du was, Tana, das ist schon ein Denkzettel genug, weil ich habe gesagt, ich mache eine Anzeige. Ich werde das Ganze irgendwie zum Rollen bringen und ich beobachte dich nach Schritt und Tritt. Ich weiß, was du machst. Es liegt mir hier alles auf dem Tisch. Die Leute schicken mir das Ganze. Ich weiß, was los ist. Also da kannst du auch irgendwie hinter mir her irgendwie scheiße reden. Das bringt nichts. Ich kriege dich irgendwie noch. Glaub mir. Also ich gehe vielleicht auch. Und was ich halt nachsagen wollte, ist eine Sache, was mir noch auf dem Herzen liegt, ist so, er hat ja damals gegen Yvonne Moulin geschossen am Anfang. Weißt du noch? Und dann kamen die ganzen Flying Monkeys, haben sich mit ihm so zusammengetan. Ah, jetzt sind wir alle gegen Yvonne, alle gegen Yvonne. Hauptsache Yvonne, die sollten wir fertig machen. Wie asozial ist denn das? Wie tief müssen Menschen bitte sinken? Was ist das? Geht gar nicht. Nee. Also auf jeden Fall nicht. Und deswegen kann ich auch sagen so, ich bin echt so glücklich und bin froh, dass ich Yvonne damals kennengelernt habe und dass sie mich wirklich supportet hat. Die Frau hat es gemacht. Und jetzt übrigens, ich habe es gestern in seinem Live noch gesehen, nachdem er ja irgendwie dann sagte, mit Mike Jell wäre er jetzt völlig durch. Nach seinem Video natürlich, was er jetzt veröffentlicht hat. Mit Ramon ist es so lala. Mit dem würde er sich gerne mal auf dem Getränk treffen und mal ein bisschen quatschen. Aber, und das hat er gestern noch gesagt, er hätte nie gedacht, dass er das mal sagt, er findet das so toll, wieder einen guten Kontakt zu Yvonne zu haben und sie ist diejenige, der alles erzählen kann. Und wo ich mir denke, ach komm, ach komm, erzähl mir doch nichts. Also, wenn das schon der Höhepunkt ist an Menschen, denen du alles erzählen kannst, wenn du keinen, wirklich keinen guten Buddy an deiner Seite hast, wo du sagen kannst, komm, wir gehen mal ein Bierchen trinken und ich schütte mal mein Herz aus und sich sicher sein kann, dass derjenige das nicht am nächsten Tag in Social Media breit tritt, dann tut er mir schon fast ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Wenn er wirklich keinen Ansprechpartner hat, wo er sich mal auskotzen kann und das wissen wir alle, das brauchen wir alle mal jemanden und den scheint es nicht zu geben. Den scheint es nicht zu geben. Aber das wusste ich nicht, dass er jetzt das gesagt hat, dass er sich halt die ganze Zeit bei ihr also meldet er sich bei ihr und er schüttet sein Herz aus, sagt er. Na, er hat zumindest gesagt, er ist froh, dass der Kontakt wieder so ist, wie er ist und dass man einfach miteinander reden kann. Das hat er gestern Abend im Live, hat er das so gesagt, ja. Es ist so, aber lass uns positiv aus diesem Interview rausgehen. Gibt es irgendwas, was wir ihm mit auf den Weg geben wollen und das gar nicht ironisch meinen, sondern ganz ernsthaft, was wollen wir Michael mit tun? Also ich meine das auch ernst, was ich halt gesagt habe, mit dieser Hilfe, dass er sich einfach Hilfe holen soll, weil das, was er macht, er bekommt immer mehr Hate ab. Guck mal, die Sache, die ich halt erlebt habe, ist nicht schön und ich hätte auch gedacht, sodass er sich halt irgendwann entschuldigen wird, aber so viel größer zeigt er leider nicht. Und klar, wenn er das halt auch machen würde, würde er natürlich auch mein Eid begehen gegenüber der Polizei. Auch bei Eriksen war das der Fall. Aber ich würde halt die Sache nicht wieder aufrollen lassen, wenn er sich entschuldigt. Okay. Das hätte ich erwartet. Aber wichtig ist wirklich, egal welcher Mensch, auch wenn er so einen toxischen, so toxische Verhaltensweisen hat, so einen toxischen Charakter hat, ist es halt für mich irgendwie wirklich, holt euch Hilfe. Tut nicht so, als hättet ihr Hilfe geholt und spinnt den Leuten irgendwas vor, sondern macht was, tut was, übernimm Verantwortung für dein Leben. Du bist 36 Jahre alt. Geh arbeiten, zahl irgendwie in die Arbeitslosenversicherung ein, damit du irgendwann auch Arbeitslosengeld kriegen kannst, deine Rente kriegen kannst. Das ist ja traurig, das zu sehen. Und es ist, das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, es ist keine Schwäche, sich Hilfe zu suchen. Es ist eine Stärke, sich Hilfe zu suchen. Und das ist es. Das ist es. Da gebe ich dir komplett recht. Bartana, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir vielmals, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, das Ganze nochmal aufzurollen. Sehr gerne. Und wenn es nochmal was gibt, sehr gerne, komm wieder zu uns. Ja, gerne. Also mit Boris zusammen können wir gerne was machen. Ich würde sagen, wenn die anderen noch dazu nehmen, ich bin dabei, ich liebe es. Ihr seid auch total humorvoll, ich liebe euren Witz auch. Dankeschön, vielen Dank. Und ich würde mal vorstellen, wenn sonst prominent getrennt zu Ende ist, können wir uns ja sozusagen zum Abschluss nochmal alle treffen und können die ganze Staffel nochmal so ein bisschen wiedergeben, was wir Tolles da gesehen haben oder halt auch nicht Tolles gesehen haben. Und bis dahin danke ich dir, wünsche dir, und das sage ich immer sehr gerne, viel, viel Gesundheit, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Pass auf dich auf, mach weiter deinen Job so toll, wie du ihn machst. Dankeschön. Ihr auch. Danke dir. Ciao, ciao, tschau. Danke, Erfolg euch. Tschüss. Ciao.